Kommen wir jetzt mal zu der Marke, die ich heute gerne mal vorstellen möchte, denn ich habe ja vor mittlerweile zwei Wochen den Birkholz Online-Sommelier gemacht. Das fand ich ganz witzig, ich habe das Ding spontan entdeckt, weil ich nämlich mit euch zusammen ein Video geguckt habe, also falls ihr dabei wart, erinnert ihr euch ja bestimmt noch. Und das ist halt eben so ein Konfigurator auf der Website von denen, wo man einstellen kann, was für ein Typ man ist, zum Beispiel hier natürlich, was man gerne macht, zu welchem Anlass man den Luft braucht, fürs Office, welcher Stil zu einem passt, Hippie Beach House, Skandinavien und dann kriegt man halt eben vier Düfte vorgestellt, die man dann halt eben da auch samplen kann. Und ich habe eben so ein Duftset mir dann da eben quasi zusammenstellen lassen und konnte dann leider aufgrund eines technischen Fehlers, ich weiß auch nicht, woran das liegt oder woran das gelegen hat, auf jeden Fall konnte ich mir das nicht bestellen. Und ich habe ja gesagt, ich werde die Samples auf jeden Fall auftreiben und werde die dann hier live vor der Kamera testen, weil ich finde die Marke Birkholz ganz geil, Zumal die halt einen YouTube-Channel haben, was ich immer cool finde, wenn Marken selbst irgendwie auch Marketing machen und sich zum Beispiel der Gründer vor die Kamera stellt, finde ich sehr, sehr cool. Auch wenn manche Videos halt so ein bisschen witzig waren, muss ich ehrlich gestehen, wollte ich ja trotzdem irgendwie jetzt mal testen, was der ganze Kram so kann. Das heißt, ich habe mir jetzt insgesamt zwei Düfte erstmal selber bestellt als Abfüllung, einmal den Sir Santal, ich werde die gleich auch noch alle dann eben mit den Duftnoten zeigen, und einmal den Dark Amber und dann habe ich ein Problem gehabt, denn die letzten beiden Düfte, die ich eigentlich noch testen wollte, gab es leider nicht, also auf Parfumo. Das heißt, ich wollte mir eine Abfüllung besorgen und die gab es dann leider nicht. Dann habe ich eben witzigerweise, haben Posters ja auch immer auf Instagram, was ich so online stelle an Videos und dann hat witzigerweise Birkholz das gesehen und die meinten so, hey übrigens, wenn du mal irgendwas testen willst, sag doch einfach Bescheid und jetzt kam heute eben ein fettes Paket an von denen und nicht nur habe ich jetzt den Duft, den ich eigentlich auch jetzt testen wollte, Lady Cannabis war da glaube ich noch bei, Moment mal, ich habe hier nämlich so ein paar Dinger bekommen, genau, den ich eigentlich testen wollte, ist aber der Intimate Incense. Die haben mir nicht nur den geschickt, sondern die haben mir tatsächlich drei so Samplesets geschickt, ja, also ich halte das mal so ein bisschen hoch hier, also zwei habe ich hier mit jeweils vier Düften und dann eben noch eins mit nochmal vier Düften, was natürlich sehr, sehr crazy ist. Tatsächlich habe ich eines der Samples, die ich mir so bestellt hatte, von Angelina Patchouli bekommen, den Sir Santal, also vielen lieben Dank Angelina, sie hat mir nämlich auch noch den Black Weed mit dazu gepackt, was auch ein Birkholzduft ist und ich habe sogar noch eine Kerze bekommen, was mich tatsächlich sehr freut, weil ich suche seit Ewigkeiten nach Kerzen und bin immer ein bisschen zu faul. Ich bin nämlich so ein kleiner Geiz, was Kerzen angeht, ich will immer mal wieder eine kaufen, aber bin dann halt nicht dazu gewillt, dafür Geld auszugeben, deshalb ist das sehr, sehr geil, dass jetzt hier so eine Kerze mitgekommen ist. Die Kerze hat eben die Duftnote Amber and Rose, also ein Ambra-Duft mit Rose, schöner Rose-Duft, ich habe die noch nicht angemacht, aber werde die dann natürlich auch dann später mal testen. Aber auf jeden Fall super korrekt von denen, dass sie mir ein Sampleset geschickt haben oder mehrere Samplesets. Jetzt kann ich mich nämlich ausführlich durch die verschiedenen Düfte testen und vor allen Dingen euch sagen, was ich davon halte, weil Birkholz ist somit eine Marke, die am meisten von euch auch angefragt wird, vermutlich, weil sie auch so viel Action machen auf Social Media und deshalb bin ich sehr, sehr gespannt, was heute so hier passiert. Jetzt muss ich mich aber gerade noch mal kurz entschuldigen, weil ich nämlich gerade noch mal angucken muss, was denn der vierte Duft war. Ah, genau, der Tobacco-Sense. Ich glaube, dass der sich noch auf dem Weg zu mir befindet. Ja, das heißt, einen von denen habe ich jetzt tatsächlich nicht. Mist! Aber ich werde euch natürlich trotzdem, also ich meine, wir haben hier 19 Düfte stehen, Freunde. Wie mache ich denn was vor? Das heißt, ich werde jetzt erstmal mit den Düften anfangen, die ich mir konfiguriert habe. Ich hoffe, dass ich das überlebe hier drin, weil das nämlich, ich sollte nachher auf jeden Fall mal lüften. Aber ich bin sehr gespannt, was die so können. Anfangen möchte ich gerne mit dem Dark Amber, was ein Amber-Duft ist. Und wir sehen hier als Duftnoten Limette, Pfeffer, grüne Noten, Jasmin, Pfeilchen, Sandelholz, Vanille, Amber, Tonka-Bohne. Und ich habe letztes Mal schon im Chat gelesen, dass viele von euch, oder eine Person hat zumindest letztes Mal im Chat geschrieben, dass der sehr, sehr geil sein soll. So, also gute Dosis auf den Teststreifen. Oh ja, okay. Also Überraschung, es ist ein Amber-Duft. Wer hätte das gedacht bei dem Namen, ja? Aber was ich auf jeden Fall ganz nice finde, ist, dass da auch jetzt mal so eine leicht karamellige Note mit rüberkommt. Die meisten Amber-Düfte, also ein Amber-Duft ist ja per Definition ein Duft, der aus harzigen Noten auf der einen Seite besteht und auf der anderen Seite aus Vanille. Plus dann eben meistens noch ein paar orientalische Gewürze, zum Beispiel Kreuzkümmel ist da häufig drin oder Kardamom. Und das ergibt dann eben in der Komposition so einen sehr orientalisch wirkenden Duft, der vor allen Dingen, finde ich, für kühlere Temperaturen und für Abendstunden geeignet ist. Eine Ausnahme, finde ich, ist der Amber-Star von Sershov, den ich ja auch in meinem Top-10-Video drin hatte und wo ich auch schon eine einzelne Rezension drüber gedreht habe. Der war eher so ein bisschen vanillig und ein bisschen leichter. Und den würde ich eher bei so Temperaturen bis 20 Grad tragen, weil er bei der Kälte nicht so stark hält. Aber ansonsten ist Amber eigentlich eher so ein Duft, der sich, oder eher so eine Duftkategorie, die sich für die Abendstunden eignet. Und hier finde ich jetzt sehr nice, wie gesagt, meistens ist es so eine Komposition aus Vanille und harzigen Noten. Und hier ist es eben, finde ich, ist so eine karamellige Komposition am Start. Also Vanille rieche ich auf jeden Fall raus, auch dieses typische Amber-Ding. Ja, es ist eben noch so dieses Tonka-Bohnen-Aroma, würde ich sagen, mit dabei und so ein bisschen Sandelholz. Am Anfang bestimmt etwas fruchtiger Auftakt, bisschen Citrus und so, aber ist auf jeden Fall ganz schön. Ja, ist ein dunkler Amber-Duft. Ich würde auch sagen, dass der eher westlich ist und nicht so super aufdringlich, nicht so super orientalisch. Hat mich jetzt erstmal fürs Erste nicht enttäuscht. Ja, würde eher, würde sagen, dass der eher in die Richtung von dem Amber-Star von Sershoff geht, als in Richtung von so einem super orientalischen Amber-Duft jetzt. Gut, der nächste ist der Sir Santal. Das ist ein Sandelholz-Duft. Genau, der Sir Santal, auch sehr, sehr gut bewertet. Mit Kardamom, Pfeffer, Leder, Iriswurzel, Moschus, Amber, Benzor und Sandelholz. Also sehr, sehr viele Duftnoten. Wobei ja eigentlich so ein Sandelholz, würde ich jetzt sagen, da wirklich mit am Start sein sollte. Mhm, okay. Erster Eindruck ist ganz spannend. Hier bei Parfumo stand, dass der durchaus auch von Menschen gemocht wird, die zum Beispiel Udgut mögen von Tom Ford. Oder Erbapura oder Pradalom oder Uden. Ja, also, und das ist eben genau das, was ich auch bestätigen kann. Das ist wirklich ein spannender Duft, weil ich nämlich seit einiger Zeit auf der Suche bin nach Düften, die ähnlich funktionieren wie Tom Ford Udwood. Weil Udwood hat so eine unfassbar geile Eleganz, ist nicht zu orientalisch, ist eher westlich, aber trotzdem extrem ausgefallen und einzigartig. Ja, und ich würde sagen, der ist auf jeden Fall, geht auf jeden Fall so von der Machart her in eine ähnliche Richtung. Es ist jetzt nicht zu viel Sandelholz mit drin, um das mal so vorweg zu sagen. Also es ist so ein bisschen Sandelholz in der Basis, ist ein bisschen harzig auch, also Benzor rieche ich da auf jeden Fall raus. Ist ein bisschen pudrig, Moschus, aber am Anfang viel Kardamom und Pfeffer. Daher wahrscheinlich auch, finde ich, die Assoziation mit dem Udwood. Und viel, viel Iris, muss ich sagen. Also viel so pudrige, pudrige, cremige Iris mit drin. Und dementsprechend, ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Also wenn ihr Erba Pruva oder Udwood mögt, dann ist das ein Duft, den würde ich euch definitiv ans Herz legen. Sehr spannend, finde ich sehr cool. Okay, also Sir Santal gefällt mir sehr gut. Vor allen Dingen für den Preis finde ich das, glaube ich, ganz gut. Ja, weil das ist eher so die günstige Einsteiger-Variante. So, dann teste ich jetzt noch den letzten, den ich mir da konfiguriert hatte. Das war der Intimate Incense. Übrigens sehr, sehr nice Mini-Zerstäuber hier in dem Set drin, machen einen sehr guten Eindruck. Man kann die sogar abschrauben. Ui, 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 ui. Ja, die haben sehr coole Namen für ihre Düfte. Ich finde die Namen wirklich sehr geil. Das, das ganze Design, wenn ich das an der Stelle mal so sagen darf, ja, also das ganze Design. Hier, das gesamte Design ist halt, ich finde es ein bisschen deutsch, wenn ich ehrlich bin. Also so eine, so stelle ich mir so eine deutsche Marke vor. Ja, die vielleicht noch so zur Höhle der Löwen gehen und sagen, Hey, hier ist meine Parfummarke, gib mir mal ein Investment so Bauhausstil. Ey, das ist genau das, was ich gedacht habe. Aber ich habe gedacht, wenn ich jetzt sage Bauhausstil, das verstehen die Leute nicht. Aber genau so ist es für mich, ja. Also coole Aufmachung der Flakons, sehr, sehr geile Mini-Zerstäuber. Und übrigens, Intimate Incense wird ganz anders. Das habe ich gerade schon am Flakon gerochen. Das ist ganz anders. Es wäre auf jeden Fall, glaube ich, so ein bisschen, man hätte das noch ein bisschen exklusiver positionieren können. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich am Anfang nicht wusste, wo die überhaupt vertreten sind, ja. Also, dass die bei Douglas zum Beispiel vertretbar sind, dass die da verkauft werden. Und in allen großen Parfümerien, was ich jetzt gerade erst gesehen habe, als ich deren Instagram-Profil mir mal genau angeschaut habe, das hätte ich nie erwartet, weil es wirkt halt wie so eine kleine Marke für mich. Das ist so mein erster Eindruck. Aber machen wir jetzt mal weiter mit Intimate Incense, der gar nicht so intim roch, wenn ich gerade ehrlich bin. Boah, okay, also. Ich würde nicht sagen, dass das ein intimer Duft ist. Denn das ist wirklich die volle Lederpackung für mich. Also, ich kriege hier wirklich sehr, sehr viel dunkles Leder. Hat fast schon so ein bisschen was von, also noch dunkler als der Leder 6 von Schwarzlose. Geht so ein bisschen in Richtung, kennt ihr den Bentley for Men Intense? Ich glaube, es war der Intense. Bentley for Men Intense. Den hatte ich vorgestellt als Hardcore-Lederduft. Und an den erinnert der mich ein bisschen. Also eine sehr dunkle, fast schon so schwerölartige Lederkombi kriege ich da zumindest von dem Duftstreifen her. Ja, das ist sehr, sehr krass, weil die vorigen beiden waren so ein bisschen, waren eher so elegant und leicht. Das ist jetzt der Brecher, also der Vorschlaghammer, sozusagen. Erstmal schauen wir uns die Duftnoten an. Bergamot, Lavendel, Pfeffer. Vettiver, Benzoe, Ambra. Leder, Zedernholz, Weihrauch. Viel Leder, viel Weihrauch. Auch ein bisschen Zedernholz. So ein leicht zitrischer Anfang. Es wird nach den ersten 5 Minuten, wird der auf jeden Fall ein bisschen leichter auch. Aber der Anfang ist schon echt der Vorschlaghammer. Und um mal in den Bildern von Berlin zu bleiben, das ist so Berghain. Also Berghain-Fetisch-Club, das Labor für die Leute, die davon schon mal gehört haben, wo halt allerhand merkwürdige Dinge getan werden. Das ist auf jeden Fall das, was hier abgeht. Und deshalb Intimate Incense, da würde ich jetzt eher erwarten, wenn ich das lese, dass es so ein sanfter und pudriger Weihrauchduft ist vielleicht. Aber das ist hier gar nicht der Fall. Also sehr, sehr starker Brecher. Okay, was haben wir denn hier jetzt noch als nächstes? Machen wir mal weiter mit einem Oud-Duft. Als nächstes habe ich hier den Iconic Oud, der ja vom Namen her jetzt schon mal ein Oud-Duft ist. Ich werde euch jetzt aber mal den Gefallen tun. Ich setze die, wenn ich das Video online stelle auf YouTube, setze ich die Düfte alle unten rein. Sondern ich werde euch einfach nur so mal meinen ersten Eindruck geben. Also Iconic Oud, scheinbar ein Oud-Duft. Oh. Ausnahmsweise mal ein Oud-Duft, wo man auch wirklich ein bisschen Oud rausriecht. Das finde ich sehr schön. Das freut mich. Hat aber direkt von Anfang an ein bisschen so eine Plastiknote. Also das Oud mit so ein bisschen so einer Plastik, so einer synthetischen Plastiknote. Das heißt nicht, dass das unbedingt synthetisch sein muss, was hier gerade passiert oder was hier drin ist. Ja, ich kriege auch ein bisschen Leder. Also er hat auch eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Intimate Incense für mich. Aber es ist dann doch ein sehr Oud-lastiger Duft. Ausnahmsweise mal kein Rose-Oud. Ich rieche da auch noch irgendein orientalisches Gewürz raus. Ich glaube, dass das Kreuzkümmel ist. Jo. Iconic Oud auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also ich hatte irgendwie erwartet, dass da jetzt so ein Rose-Oud-Duft mich erwartet. Weil das eigentlich bei allen immer so gemacht wird. Also wenn Leute einen Oud-Duft machen, ist das in der Regel Rose-Oud. Und es ist schön zu sehen, dass die hier was anderes machen. Aber er hat wirklich so eine gewisse Plastiknote. Vielleicht ist das auch Safran, was ich da rieche. Oder eine sehr pudrige Rose. Das kann natürlich auch sein. Dass das in Kombination irgendwie so ein bisschen plastikartig riecht. Aber auf jeden Fall auch ganz cool, ja. Eher so ein Konzeptduft, würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den tragen würde. So, dann haben wir hier noch Mystic Haze. Bin ich mal gespannt, was das für ein Ding ist. Das ist eher so ein Gourmand-Duft. So ein bisschen... Oder? Zeternholz rieche ich hier raus. Ist das Zeternholz? Komm, ich schau jetzt doch nochmal in die Duft unten rein. Gourmand war gar nicht so falsch. Praline. Kardamom, Cannabis. Ja, Cannabis rieche ich sehr, sehr deutlich daraus. Das ist wohl wahr, ja. Ja, der erinnert mich... Ja, ich weiß noch, wie der mich erinnert. Der erinnert mich so ein bisschen an den Black Afghano tatsächlich. Sehr cool, ja. Black Afghano mit mehr Kardamom und so ein bisschen Praline. Sehr ungewöhnlich. Der erinnert mich wirklich an den Black Afghano. Absolut, ja. Also so ein bisschen so ein hanfiges, krautiges Ding rieche ich daraus. Mit ein bisschen Praline und... Ja, sehr cool. So, dann haben wir hier als nächstes den Leather Trance. Also ein Ledertrance, wo es mir etwas vergraut, nachdem ich eben den Intimate Incense schon so heftig fand. Ich bin mal gespannt, was hier jetzt an Lederpackung noch zusätzlich kommt. Aber es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ist so ein schokoladiger Lederduft. Leather Trance. Auch ganz cool. Schokoladiger Lederduft mit einer sehr eleganten und pudrigen und leicht süßlichen Note obendrauf. Okay, sehr nice. Probier mal den Pure Royal 823. Ist fast eine 1 zu 1 Kopie von Tom Ford fucking F. Und die Performance ist mindestens vergleichbar zu Tom Ford und kostet nur 30 Euro die 50 Milliliter. Was meinst du bis jetzt zur Projektion und Haltbarkeit? Das ist eine schwierige Frage. Das ist eine schwierige Frage. Das kann ich jetzt so von den Teststreifen gar nicht beurteilen. Ich meine, dass bei Intimate Incense, danke übrigens für den Follow, bin ich mir fast sicher, dass der sehr, sehr lange halten wird. Weil das einfach so eine absolute, ach so Preis-Leistung. Ja, Preis-Leistung ist ein Thema. Freunde, Preis-Leistung ist wirklich ein Thema. Weil jetzt so ein paar von den Düften, die ich hier getestet habe, zum Beispiel der Mystic Haze, das war glaube ich einer von den teuren. Der Leather Trance war auch einer von den teuren. Ich weiß jetzt nicht, Iconic Oud. Genau, das war einer von den teuren. Und mit teuer meine ich jetzt so um die 400 Euro, glaube ich, waren die. Iconic Oud auch. Und der Intimate Incense auch. Also das waren alles relativ teure Düfte um es sozusagen. Und von denen, also Iconic Oud würde ich auf jeden Fall sagen, ist dein Geld wert. Der ist ein sehr, sehr gut gemachter Hutduft. Auch wenn der ein bisschen so eine Plastiknote hat, finde ich den sehr spannend. Den Intimate Incense. Vielen Dank für den Gifted Sub, Benjamin. Sehr cool. Intimate Incense auch, auch wenn der ein sehr konzeptioneller Duft ist und ich den jetzt vielleicht nicht unbedingt so draußen tragen würde. Mystic Haze war mir tatsächlich ein bisschen zu, ist mir zu nah an Black Afghanu dran. Wenn ich jetzt überlege, ich kriege Black Afghanu für um die 100 Euro, die 30ml Extrate Parfum. Es gibt absolut keinen Grund, warum ich 400 Euro für einen Duft ausgeben sollte, der auch nur, der nur ein bisschen so riecht. Ja, der muss ich ja auch mit dem, mit dem Oxford von Roberto Ugolini schlagen. Ja, der ja auch so ein bisschen zumindest in diese Richtung geht. Das heißt, da ist viel Konkurrenz und Ugolini ist mit der Hälfte vom Preis dabei. Also dafür würde ich auf jeden Fall jetzt nicht die 400 Euro ausgeben. Der Ud- und Weihrauchduft auf jeden Fall schon eher. Von daher, ja, man muss aber auch wirklich ein Fan davon sein, um sich das zu kaufen. Also wahrscheinlich würde ich mir den Udduft, würde ich mir kaufen. Der Sir Santal fand ich auch sehr geil, der ist aber, glaube ich, preiswerter. Und Leather Trance, ja, der erinnert mich auch an irgendeinen Duft. Ich kann nur gerade nicht sagen, welcher. Aber dieser Sir Santal auf jeden Fall, dafür würde ich auf jeden Fall die 200 Tacken, kann man auf jeden Fall ausgeben oder wie viel der kostet. Der hat eine sehr, sehr schöne Duftentwicklung, genau. Hab bis jetzt nur die Düfte von Birkholz aus der günstigen Linie getestet, die waren zum Teil auch okay, aber mehr auch nicht. Zum Kaufen hat mich keiner animiert. Ne, das kann ich nicht sagen. Also ich finde, der Sir Santal auf jeden Fall, den würde ich mir auch zulegen. Weil ich mag das, wenn Düfte so eine Eleganz haben. Und ich suche echt schon lange nach Düften, die so ein bisschen in die Tom Ford Udud-Richtung gehen. Und das wäre eben einer, der zumindest so in derselben Kategorie spielt. Jetzt sehe ich hier gerade von dem Benjamin, hast du Berlin Soul schon getestet? Nein, habe ich noch nicht. Ich musste gerade mal... Ne, Berlin Fever. Es gibt doch Berlin Soul, oder? Warum hat ein Teststreifen eine Dreieckfrau und warum spürt man den Duft auf diese Seite und nicht auf die andere? Boah, da bin ich völlig überfragt. Das kann ich dir leider nicht sagen. Aber Berlin Fever ist ja, glaube ich, einer, den hatten die bei diesem Straßentest, als die das den Leuten auf der Straße gezeigt haben. Deshalb bin ich da auch jetzt ganz gespannt drauf. Das ist... Ab jetzt kommen nur noch Düfte aus der preiswerteren Reihe. Das heißt, jetzt wird es ein bisschen weniger hardcore-nischig. Oh, Berlin Fever ist richtig lecker. Mh, mh, der riecht nach einer dunklen Schokolade. Also wirklich so, als würde man an so einer... Es gibt so eine Schokolade von Lind. Ich glaube, also Lind hat ja einen Werksverkauf in Aachen. Oder das Lind wäre eines der Lind-Werke, ist in Aachen. Deshalb, wenn man in Aachen wohnt, isst man da schon mal. Ja, weil die ganze Geschichte einfach ein Drittel so viel kostet, wie wenn man es im Laden kauft. Und ich weiß noch, vor einer ganzen Weile war ich bei Lind im Werksverkauf. Und da gab es eine dunkle Schokolade, ich glaube irgendwie 60% oder so, mit Passionsfrucht oder so. Also mit irgendeiner sehr, sehr fruchtigen Füllung. Und das rieche ich hier bei Berlin Fever raus. Also dunkle Schokolade. Ja, Tobacco-Verny, der Vergleich ist auf jeden Fall ganz angebracht. Also es kann sehr gut sein, dass hier ein bisschen Tabak auch mit drin ist. Es kann sein, dass dieses Fruchtige, was ich wahrnehme, dass das der Tabak ist. Aber es riecht auf jeden Fall so ein bisschen... Der hat dich an Bentley for Men Intense erinnert? Nee, auf gar keinen Fall. Also das rieche ich da nicht raus. Wie gesagt, dieser Intimate Incense hat mich daran voll erinnert. Aber das hier ist für mich... Ja, so ein bisschen Schokolade rieche ich da. Also Schokolade oder vielleicht auch Tabak. Aber auf jeden Fall ganz cool. 100 Milliliter... 30 Milliliter, 75 Euro. Okay, ja gut, günstig wäre jetzt zu viel gesagt. Aber 100 Milliliter für 150 Euro... Ja, kann man auf jeden Fall dafür ausgeben. Der Soros Santal, den fand ich eigentlich noch geiler. Ah, der ist auch schon ein bisschen... Ist auch ein bisschen teurer dann noch, ne? Also im Discount auf jeden Fall. Im Discount würde ich den auf jeden Fall kaufen, wenn ich den für 200 kriege. Safe, beziehungsweise den Berlin Fever vielleicht für 120 oder so. Das kann man auf jeden Fall machen. Der gefällt mir richtig gut. Ja, Berlin Fever auf jeden Fall einer meiner Favoriten bis jetzt. Ich habe noch sieben Lüfte hier liegen. Acht, entschuldigt, acht. Nehmen wir mal Luxury Passion. Den hat der Jeremy Fragrance doch so hoch gelobt. Also Passionsfrucht, ja, ich finde das auch schwierig auf Teststreifen, aber ich kann ja schlecht meinen ganzen Körper jetzt einsprühen, ne? Weil hier, ja, weil das ist ein erster Eindruck und ich finde, dafür muss es dann auch reichen. Wenn ich jetzt, also ich werde natürlich den Iconic Oat, werde ich zum Beispiel auch mal jetzt privat tragen, kann ich euch schon versprechen. Den Soros Santal werde ich auch mal privat tragen. Und dann werde ich euch auch gerne nochmal eine ganze Rezension dann schießen und euch einfach sagen, wie der sich so im Alltag schlägt. Weil vor allen Dingen so Haltbarkeit und Projektion kann man da jetzt nicht so abschätzen. Nur anhand der DNA so ein bisschen. Also der nächste ist leider, muss ich sagen, ein Griff ins Klo für mich. Das ist der Luxury Passion. Ja, den hatte der Jeremy auch, als er sein Set da ausgepackt hat. Und Luxury Passion ist genau das, was Eddie gerade schreibt. Das Problem an deutschen Marken ist, dass die zu sehr auf Nummer sicher gehen. Die sind alle gut, aber keiner ist wow krass. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also von diesen dunklen, also diese hochpreisigen, die sind schon artpolarisierend und sehr speziell. Also das kann ich dir sagen. Ich glaube, das Problem ist, dass man die vielleicht nicht so schnell unter die Nase kriegt. Normalerweise eher mit dieser Einsteigerei anfängt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass die langweilig sind oder okay. Bei Luxury Passion ist das anders. Denn es riecht eins zu eins wie ein Duschgel oder wie so ein Haarwachs, wie so ein Haarwachs aus der Drogerie. Also wenn ihr wirklich nach Duschgel riechen wollt und nach so einem, also wenn ihr jetzt so ein Haarwachs habt und ihr wollt dieses Haarwachs eben an eurem ganzen Körper riechen, dann würde ich sagen, auf jeden Fall go for it. Aber das ist jetzt wirklich sehr, sehr, sehr mainstreamig. Luxury Passion leider bei mir durchgefallen. Darum gefällt er auch Jeremy. Ja, also ich muss sagen, das haben die wahrscheinlich clever gemacht, dass sie ihm ausgerechnet den geschickt haben. Jaguar Pace, ja, exakt, genau. Jaguar Pace, ja, ich rieche da so ein bisschen die Date for Men DNA. Und den mochte ich ja nicht so gerne. Also für den Preis. Jo, das ist auf jeden Fall, es geht in dieselbe Richtung. Was haben wir hier als nächstes noch? Ich habe hier Vanilla Vibes, Lady Cannabis, genau, Lady Cannabis. Lady Cannabis hatte der Jeremy auch in seinem Video. Das heißt, den werden wir auch direkt mal testen. Okay. Der ist auch sehr clean, finde ich. Also sehr sicher, sichere Bank. So ein bisschen grünlich. Das Lady kommt übrigens jetzt nicht daher. Habe ich auch schon irgendwo jetzt letztens gelesen, dass das irgendwie nur ein Frauenduft wäre. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein Unisex-Duft. Ihr seht meinen Ausdruck, ne? Schaust du dir die Videos von Jeremies an, also so seine Meinung zu den Düften oder wie ich zum Amüsieren? Wir haben uns hier halt in einem Stream zusammen angeguckt, weil die Leute den Jeremy mal sehen wollen. Und ich finde das auch ganz lustig eigentlich. Aber es ist jetzt nicht so, also klar, wenn der jetzt so Nischenvideos, wenn der jetzt so Nischendüfte vorstellt, dann schaue ich mir das auf jeden Fall an, um zu wissen, was für Nischendüfte er testet. So jetzt groß was auf seine Meinung geben, tue ich nicht, um ehrlich zu sein. Naja, um es kurz zu machen, Lady Cannabis finde ich auch jetzt nicht so spektakulär. Ist ein bisschen ein würziger, grünlicher Duft mit leicht alkoholischen Note vielleicht. Die hat so ein bisschen so eine Sonnencreme, Sonnenlotionsartige Basis noch, die ich rausrieche. Also so ein bisschen cremig. Aber ansonsten hat mich jetzt auch eher weniger überzeugt. So, was haben wir hier noch? Iris and Wood. Iris and Wood, also ein Iris-Duft. Mhm. Oh, Sellerie. Riecht zumindest ein bisschen nach Gemüse. Im Ersten. Iris ist immer gut. Ohne Witz. Jedes Mal, wenn ich einen Iris-Duft rieche, freue ich mich wie ein kleines Kind. Iris gehört für mich zu meinen Lieblingsduftnoten. Und so ist es auch hier. Ja, es ist das drin, was draufsteht. Iris, pudrig, pudrig, süßliche Iris mit Holz im Hintergrund. Bisschen grünlich, daher mein Gemüse-Kommentar am Anfang. Und auch ein bisschen Sandelholz, oder? Ich rieche da auch ein bisschen Sandelholz raus. Merkt ihr, dass ich schon so ein bisschen Berliner? Ich glaube, das macht das Parfum in mir, ne? Ich rieche da so ein bisschen Sandelholz riechig da raus. Ich weiß nicht, was das ist, ne? Hey, Sandelholz! Inzwischen klappt das echt gut mit den Duftnoten. Am Anfang habe ich immer, als ich meine ersten Videos gedreht habe, war ich immer so völlig lost, was das angeht, aber... Ja, Sandelholz. Ja, Zedernholz auf jeden Fall auch. Iris. Ja, den finde ich auch sehr schön. Der ist auch sehr schön. Ja, Iris, ich meine, was will ich sagen, ne? Also das geht halt so ein bisschen in Richtung von diesen typischen Iris-Düften, wie Pradalom vielleicht, auf einem etwas höheren Niveau. Das hier ist nicht vergleichbar mit Iris von Zerjoff. Der geht in eine ganz, ganz andere Richtung. Der hier ist viel leichter, viel tragbarer. Aber das wäre halt so was, das würde ich ins Büro tragen. Auf jeden Fall. Gut, dann schaue ich mir jetzt als nächstes mal den Blackweed an. Den hat mir, wie gesagt, die Angelina Patchouli noch mit dazugepackt. Mich sehr gefreut, weil ich habe ihr geschrieben, dass ich noch nichts von der Marke getestet habe. Und da hat sie mir einfach dann noch dieses Sample mit dazugelegt, was mich sehr freut. Und Blackweed steht, glaube ich, nicht für diese Art von Weed. Oho. Jetzt will ich direkt wissen, ist das ein teurer oder ein günstiger Duft. Kicken wir mal rein. Hier. Ah, ist ein günstiger Duft. Sehr schön. Okay. Ja, Vanille-Sandelholz-Komposition. Ihr seht, dass da Koriander steht. Und ihr wisst ja, wie Koriander schmeckt, ne? Koriander hat immer so eine seifige, so eine seifige Komposition, finde ich. Also so eine seifige Geschmacksnote. Hi, Stimmschwankung. Schön, dass du da bist. Und ich rieche dieses seifige, rieche ich da raus aus irgendeinem Grund. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das der, das wirklich der, der Koriander ist, ne? Aber der hat so eine gewisse seifige, cremig-seifig, würde ich dem beschreiben. Als auch nichts, wo ich jetzt groß Geld für ausgeben würde, wenn ich ehrlich bin. Dann haben wir jetzt noch vier Düfte von denen. Den Amber Intense, übrigens, den Dark Amber, den ich am Anfang getestet habe. Der ist jetzt quasi einen kompletten Vanilleduft geworden, ne? Also ich rieche nicht mehr viel Amber bei denen. Sehr schade. Und ich hoffe, dass Amber Intense vielleicht ein bisschen orientalischer ist und nicht so weich gewaschen, wie, dass ich überhaupt noch was riechen kann. Ich habe hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Das ist der zwölfte Duft, den ich teste. Plus den Loafer von Ugolini. Ja, das ist auch wieder so ein leichter, so ein leichter Amber-Duft, ne? Leichter Amber-Duft. Rose auf jeden Fall am Anfang. Rose, Pachuli, Holz. Ja, nicht viel Amber drin. Auf jeden Fall schon mal orientalischer. Ja, Amber Intense hat mich jetzt ehrlich gesagt auch eher so ein bisschen enttäuscht. Ja, ist nicht meins. Ist auch so ein bisschen weich gewaschen. So, dann noch die letzten drei. Ich schnappe mir jetzt mal was Pfeffriges, um meine Nasenlöcher wieder frei zu ballern. In der Hoffnung, dass Cedar & Pepper, also Cedar & Holz und Pfeffer, das macht. Pfefferlastige Düfte sind ja normalerweise sehr, sehr pfefferlastig. Obvious. Weisheiten von Kai. Hab mir gerade den neuen Arie Schledore bestellt. Hast du dir den schon angeschaut? Nein, habe ich nicht, weil ich die letzten Male von Arie Schledore ein bisschen enttäuscht war. Es war mir nicht kreativ genug. Und ich sehe nicht ein, mich da wie die Frauen am Wimmeltisch vom Winterschlussverkauf mit den Leuten zu streiten, dass ich einen Flakon kriege, wenn es mich am Ende dann nicht so vom Mocker haut. Wie zum Beispiel Russian Oud oder War & Peace. Also wenn die so Sample Sets rausbringen immer, ich bestelle mir immer die Sample Sets, weil ich riechen möchte, wie die riechen. Und weil man die Sample Sets auch immer gut quit kriegt nachher. Aber ich würde jetzt nicht blind da einen Duft kaufen. Okay. Ja, Cedar & Pepper, Cedar & Holz & Pfeffer. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, so diese letzten sechs Düfte, würde ich sagen, also ab Luxury Passion ging es los. Das sind Düfte, die würde ich so meinen Freunden schenken. Also wenn jemand jetzt nicht so viel Ahnung von Parfum hat. Genau, ich habe sehr, sehr hohe Ansprüche. Das ist wahr. Eddie sagt es, du hast ja quasi die besten Marken der Welt durchgetestet. Da wird es auch bestimmt noch schwerer, dich vom Hocker zu hauen. Das muss man auf jeden Fall hier mit einbeziehen. Also dass ich sage, dass mich die Düfte nicht vom Hocker hauen, heißt nicht, dass das schlechte Düfte sind. Da muss ich sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel Freunde habe, die nichts mit dem Parfum-Thema am Hut haben, da sehe ich diese Düfte. Also diese höherpreisige Linie, auf jeden Fall eher so für Nischenheads und eher so für Leute, die sich schon ein bisschen auskennen. Und die niederpreisigen oder preiswerteren Düfte, die würde ich jetzt eher so einem Kumpel schenken oder meinem Vater zum Vatertag oder zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Von daher finde ich die Positionierung von denen, also wie sie sich halt im Netz geben und was sie so für Content auch machen, was der Phil so für Content macht. Das ist auf jeden Fall auch passend zu der Zielgruppe, die die ansprechen. Aber das ist halt so, also vor allen Dingen halt dieser Cedar & Pepper, das kann ich mir gut vorstellen, dass ich das verschenke. Oder Luxury Passion, Lady Cannabis auf jeden Fall auch. Iris & Wood ist ein bisschen spezieller. Das vielleicht eher so für Leute, die von Designer zu Nische übergehen. Und ansonsten aber wirklich eher, ja, das sind so Sachen, die würde ich auf jeden Fall verschenken. So, der vorletzte Duft von Birkholz ist der Royal Vetiver, wo ich wieder mal sagen muss, okay, ja, also Royal Vetiver, auf jeden Fall ein Vetiver-Duft, offensichtlich. Und das ist jetzt geil, weil der hat, finde ich, diese karottige oder leicht pudrige Note von dem Serge of Iris. Also ich rieche so ein bisschen, ja, diese karottige Note von Iris rieche ich da auf jeden Fall raus. Dann aber nicht mit Iris oder nicht mit so viel Iris, sondern mit Vetiver. Also du hast so eine würzige, diese würzige Vetiver-Gras-Kombi. Und dann eben mit so ein bisschen einem würzigen Karottending noch mit dabei. Also so ein bisschen was fruchtiges, blumiges, karottiges. Wie so eine Mischung aus dem Encre Noir von Lalique und dem Serge of Iris. Oha, den finde ich jetzt aber, das wird ja auch ein günstiger, ein günstigerer Duft sein. Man sieht, man sieht weder Karotte noch Iris da drin. Ich finde aber trotzdem, dass er eine gewisse Ähnlichkeit zu Iris hat. Auf jeden Fall. Und der ist unfassbar lecker. Den finde ich richtig geil. Aber jetzt auch wieder was für die, für die Leute, die eher so ein bisschen in dem Game schon unterwegs sind. Hm. Ich erlebe da sehr gemischte Reaktionen auf unser Hobby. Ich trage glatze, natürliche, Vollbart, hab die Arme voll tätowiert und höre Metal. Da scheinen die meisten Leute das nicht zu erwarten. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass die Leute das bei dem Duftbunker erwarten, um ehrlich zu sein. Am Brettsamen riechen wie Karotte. Ja gut, dann bin ich da ja nah dran. Es gibt ja auch kein Karottenextrakt, oder? Gibt es Karottenätherisches Öl? Ich glaube nicht. Deshalb irgendwie wird Serge auf diesen Akkord wohl auch zusammenbauen. Von daher passt das schon. Ja, das ist natürlich, ich meine, Risby, du hast recht, das ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Frage von, wie tritt man auf? Ich bin jetzt eher so ein lieber Mensch. Ich bin auch eher still in meinem Alltag, um ganz ehrlich zu sein. Also ja, deshalb, glaube ich, ist das bei mir eher so, dass man denkt und sich auch wieder interessiert oder so. Wenn du jetzt aber wirklich so voll tätowiert bist und halt so Metalhead, kann ich mir vorstellen, dass es schon eher schwierig ist. Aber warum nicht, Mann? Ich meine, wie gesagt, jeder trägt Parfum. Deshalb ist es doch cool. Den finde ich auf jeden Fall auch ganz geil. Von der DNA her, sehr schön, dass am Ende jetzt nochmal was Geiles kommt, weil ich finde das immer schade, wenn man auf so einem traurigen Note endet. So, der letzte, den ich hier habe, ist der Vanilla Vibes. Dann sind wir durch der massiven Anzahl von Düften, die ich hier heute getestet habe. Und das ist offensichtlich ein Vanilleduft. Puh, oha, oha. Der Kaugummi-Automat hat angerufen. Er möchte seinen Kaugummi-Flavor zurückhaben. Ai, 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 ai. Boah, meine Freunde, bin dann mal raus für heute. Nee, Spaß. Aber ist schon geil, oder? Safe trägt nicht jeder Parfum, wenn überhaupt dann Boss Bottle zweimal im Jahr an Weihnachten und Silvester scheint der Standard in Deutschland zu sein. Das stimmt, Emre. Nicht jeder trägt Parfum, aber es gibt sehr, sehr viele Leute, die sich dafür interessieren und die halt sagen, ich würde gerne gut riechen. Es aber nicht tun, weil sie kein Geld dafür ausgeben. Wenn man die dann so ein bisschen mit der Thematik in Verbindung bringt und sagt, hey, es gibt mehr als das, was du halt so im Laden siehst, dann kommt eben sehr häufig Interesse. Also es ist halt immer so eine Frage von, will man Leute überzeugen oder will man Leute jetzt davon irgendwie da zu konvertieren, dass die jetzt Parfum tragen oder whatever. Oder will man einfach nur so ein bisschen informieren und ich bin halt immer, informiere halt gern. Vanilla Vibes, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt so eine natürliche Vanille irgendwie rauskriege. Es ist eher Kaugummi-Automat, sehr, sehr süß, Zuckerwatte, fruchtig, 14-jähriges Mädel, was zum ersten Mal Parfum-Track mäßig. Und dann entwickelt es sich, also der Anfang ist halt so und ich meine jetzt auf dem Testscheifen ist es ein bisschen, hat es schon so ein bisschen von dieser Intensität verloren. Aber das ist schon sehr, sehr süß. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt als Mann unbedingt tragen würde. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt erwartet, dass es eher so ein bisschen mehr Vanille ist. Bergamot, Lavendel, Amber, Vanille, Moschus. Freunde, ich rieche davon gar nichts. Es ist wirklich so ein bisschen Baccarat Rouge, hat angerufen. Das Klostein-Citrus. Ja, Klostein-Citrus. Ne, Roli. Ist aber erschreckend häufig leider der Fall. Ja gut, Vanilla Vibes, wenn man auf süße Düfte steht, kann man sich den mal gönnen und anschauen. Um ehrlich zu sein, haut mich das jetzt nicht so vom Hocker. Ja, gut. Sobald der trocknet, wird es ein bisschen dunkler und tragbarer. Aber bin ich jetzt kein großer Fade von. Ich mache jetzt nochmal ein kleines Fazit, weil das waren ja jetzt 16 Düfte. Lass mich jetzt gerade mal die raussuchen, die ich jetzt eher so für die Mischenheads empfehlen würde. Ich kann das Ganze in drei verschiedene Kategorien unterteilen, beziehungsweise vier. Was mich jetzt nicht so überzeugt hat, ist einmal der Vanilla Vibes und der Dark Amber. Also die würde ich jetzt mal beiseite räumen, weil die fand ich jetzt nicht so überzeugend. Dann gibt es insgesamt fünf Düfte. Die würde ich empfehlen, wenn ihr jemandem etwas schenken möchtet. Also wenn ihr wirklich einen Parfum sucht, ihr möchtet einen Parfum schenken, was jetzt nicht der Dolce & Gabbana Y oder Parfum ist, ja, The One oder Parfum oder Sauvage oder irgendwas. Sondern ihr möchtet so in dieser sicheren Kategorie bleiben. Aber es soll halt eben was Besonderes sein, was man jetzt nicht irgendwo, was man jetzt nicht überall findet. Dann habe ich mir hier, würde ich sagen, diese fünf Düfte, ja, also Cedar & Pepper auf jeden Fall. Den Luxury Passion, wahrscheinlich so mit der massentauglichste, weil er eben nach Duschgel riecht. Cedar & Pepper, so ein bisschen Cedar, Holz und Pfeffer. Amber Intense, orientalisch, ganz leicht, ja, leicht orientalisch. Aber auch immer noch sehr auf diesem frische Wäsche-Trip und nicht so herausfordernd. Und den Lady Cannabis, grünlicher Duft, frischer Duft und dann den Black Weed. Das ist eher so ein holziger Duft gewesen. Also die fünf würde ich empfehlen, wenn ihr was verschenken wollt, ja, und ihr wollt sicher gehen. Wenn ihr jetzt selber in dem Nischen-Game drin seid und ihr wollt mal ein paar Düfte von Birkholz testen, von diesen, die ich jetzt hier vorgestellt habe. Dann haben wir in der preiswerteren Kategorie einmal den Royal Vetiver. Was ein sehr schöner Vetiver-Duft ist, finde ich. Wie gesagt, Haltbarkeit und so, das muss man dann noch, muss man dann selber irgendwie noch entscheiden. Der hat so eine gewisse Karottennote, also wie gesagt, gewisse Ähnlichkeit zu dem Serge of Iris für mich. Dann den Sir Santal, ganz, ganz großes Kino, finde ich. Also sehr, sehr schöner Duft, weil er so ein bisschen diese Oud Wood ähnliche Richtung geht. Und den Iris & Wood als tragbaren Iris-Duft für den Alltag. Iris und Hölzer und ein bisschen Sandelholz. Und den Berlin Fever als würzigen Duft. Genau, Berlin Fever auf jeden Fall auch. Das wäre jetzt für die günstige Kategorie. Und von den ganz teuren, also, ich bin ehrlich zu euch, ja. Also ganz, ganz ehrlich, 400 Euro wert, finde ich Leather Trance und Mystic Haze nicht. Weil Mystic Haze hat eine gewisse Ähnlichkeit zu Black Afghanu von Nasomato, der ein Drittel von dem Geld kostet. Oder ein Viertel fast sogar schon. Und zu dem Oxford von Roberto Ugolini, der die Hälfte kostet. Deshalb würde ich die auf jeden Fall schon mal nicht empfehlen, weil du kriegst dieselbe Geschichte, eine ähnliche DNA für wesentlich weniger Geld. Leather Trance, ja, doch, okay, komm. Mystic Haze nicht, Leather Trance schon. Iconic Oud auch. Der Black Afghanu sind ja nur 30 Milliliter. Ja, das stimmt. Aber trotzdem, bei Black Afghanu brauchst du einen Sprühstoß und das reicht. Und gebraucht, kriegst du den sogar für 80 oder wie viel. Also das muss man einfach, finde ich, in Relation aussetzen. Iconic Oud, für mich so der, der mir am besten gefallen hat. Der werde ich auch wahrscheinlich morgen dann direkt mal tragen. Also auf der Haut tragen, auf dem Hals tragen. Denn den fand ich wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Und wie gesagt, der Intimate Incense, wenn man jetzt auf so Fetisch-Partys gehen möchte und man braucht was, das so das Outfit auch widerspiegelt, dann Intimate Incense. Auf jeden Fall auch. Gut, aber insgesamt hat es mich auf jeden Fall sehr gefreut. Also ich finde die Bandbreite enorm. Es waren wirklich, also ich meine, ich habe hier 16 Düfte jetzt. Und ich habe bestimmt doch lange nicht alle von denen hier gehabt, von denen, die die anbieten. Insgesamt fand ich es auf jeden Fall ganz, ganz solide, ne? Man muss einfach unterscheiden zwischen Leuten, die sich schon ein bisschen mit Parfum auskennen und Leuten, die Parfum jetzt noch nicht kennen. Wenn man da die Unterscheidung trifft und dann jetzt nicht den falschen Luft aussucht, dann glaube ich, kann man mit der Marke schon ganz glücklich werden. Also ja, vielen Dank an Birkholz auf jeden Fall, dass die mir das zugeschickt haben. Es hat mich sehr gefreut und ich werde das jetzt auch nochmal im Detail dann die einzelnen Dinger testen und gucken, was davon, zum Beispiel von der Haltbarkeit her, taugt. Und dann gibt es vielleicht auch nochmal eine separate Rezension zu denen. Hast du Pläne, mal einen eigenen Duft rauszubringen? Ja, habe ich. Dauert aber noch ein bisschen. Es kommt jetzt erstmal ein Videokurs zum Thema, wie man seinen Signature-Duft findet. Ja, um ehrlich zu sein, sind viele Leute super, super lost, was dieses Thema angeht. Und vor allen Dingen viele Anfänger wissen nicht, wie sie jetzt in dieses Parfum-Game einsteigen. Und da möchte ich einfach, weil ich ein riesiger Fan von so digitalen Produkten auch bin, einfach auch die Brücke schlagen und den Leuten eben meine persönliche Strategie zeigen, wie man eben einen Duft findet, der zu einem passt und den man auch in verschiedenen Situationen tragen kann. Deshalb werde ich, also ich habe auch schon ein bisschen was dazu aufgenommen, wird aber wahrscheinlich so in einer Woche ungefähr, würde ich sagen, rauskommen. Würde ich jetzt mal so schätzen. Das wird dann halt ein Videokurs, wie man sich einen Signature-Duft aussucht und wie man das vor allen Dingen macht, ohne sich jetzt durch 10.000 Samples zu testen. Weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man eben nicht so viel Geld dafür ausgibt und man trotzdem, es gibt da trotzdem eine sehr gute Strategie, wie man sowas eben herausfinden kann, was einem gefällt. Und genau, dann packe ich noch ein paar Düfte mit drauf, die ich so empfehlen würde in der jeweiligen Kategorie und dann hast du dein Signature. Das ist so meine Vorstellung. Gratis obendrauf gibt es auch noch meine persönlichen Top 100, also 100 Düfte, die ich persönlich übertrieben feiere. Und mehr dazu werdet ihr aber dann auch in den nächsten Wochen noch erfahren. Was wird der Kurs kosten? Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also man hat natürlich immer zwei Möglichkeiten. Man kann es halt günstig machen und dafür vielleicht auch jetzt nicht so viel Arbeit darin investieren. Man kann es aber auch ein bisschen höher ansetzen. Und ich überlege so von der Größenordnung wird es wahrscheinlich knapp unter 100 Euro sein. Also über 100, denke ich, macht keinen Sinn, weil das einfach... Oder ich werde es über 100 ansetzen und dann für alle, die sich zum Beispiel schon mal ein Parfum bei mir gekauft haben, dann einen krassen Discount anbieten. Und genau, also so werde ich das machen. Und was ich auf jeden Fall auch noch mit draufpacken will als Bonus, ist eine monatliche Zoom-Session. Also dass man sich dann nochmal in einem privateren Kreis, sage ich jetzt mal, als hier auf Twitch, zusammensetzen kann. Weil ich wollte das schon immer mal machen, ja. Also ich teste ja sehr, sehr viele Düfte und habe halt auch dann immer mal wieder so... Also jeden Monat habe ich eigentlich so 5, 6, 7 Düfte, die ich persönlich extrem feiere, die ich so neu entdecke. Und wo ich aber jetzt nicht auf YouTube groß drüber spreche, weil hier die Leute eher bestimmte Marken interessieren. Als solche sowas wie Birkholz oder ja, wenn jetzt vielleicht der neue Sauvage rauskommt oder so. Aber wenn ich jetzt wirklich über Nischen-Düfte spreche, die ich entdecke und auch trage, da wollte ich schon seit längerem mal so eine Mastermind quasi machen. Also dass man mal einmal im Monat sich dann über Zoom zusammensetzt. Dann könnte man auch euch zum Beispiel mit... Ja, ich arbeite sehr gerne mit Menschen, genau. Also dann könnte man zum Beispiel, kommt der Eddie mit rein in den Zoom-Call und hat so eine Kamera an und kann man halt auch mal so von Angesicht zu Angesicht sprechen. Das wäre halt zum Beispiel was, was ich da dann noch mit reinpacken würde. Ich wollte das als separates Produkt anbieten. Das heißt, man macht dann so eine Art Abo. Das heißt, ihr zahlt einen bestimmten Betrag im Monat und könnt das dann einmal im Monat mich quasi dann privat erleben und mit mir auch dann so live an der Kamera sprechen. Aber als Bonus werde ich das auf jeden Fall in den Kurs dann mit einbinden. Das heißt, man hat quasi diesen Videokurs. Mit dabei sind die 100 Düfte von mir, also meine Top 100. Mit dabei ist einmal das ganze Jahr dann oder ein Jahr lang, zwölf Monate, diese Mastermind mitzumachen. Das ist so das grobe Konzept, sage ich jetzt mal.